Sura 85 Al-Buruj Die Türme Offenbart zu Mekka 22 Ayat Im Namen Allahs, des Al-Abarmahs, des Barmherzigen, beim Himmel mit seinen Türmen und beim verheißenen Tage und beim Zeugen und beim Bezeugten. Verflucht sind die Leute des Grabens, des Feuers mit seinem Brennstoff. Wie sie darin saßen. Und sie werden das bezeugen, was sie den Gläubigen angetan haben. Und sie grollten ihnen nur deshalb, weil sie an Allah glaubten, den Erhabenen, den Preiswürdigen, dem das Königreich der Himmel und der Erde gehört. Und Allah ist Zeuge von allem. Diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen heimsuchen und es dann nicht bereuen, für sie ist die Strafe der Gehennem. Und für sie ist die Strafe des Brennens bestimmt. Doch jene, die glauben und gute Werke tun, für sie sind Gärten, durch die Bäche fließen, bestimmt. Das ist der große Gewinn. Wahrlich, die Rache deines Herrn ist enorm. Er ist es, der erschafft und wiederkehren lässt. Und er ist der Allvergebende, der Liebevolle, der Herr des ruhmvollen Throns. Er tut, was er will. Hat die Geschichte von den Herrscharen dich erreicht? Von Pharao und den Tamut? Nein, aber die Ungläubigen bestehen auf dem Leugnen. Und Allah ist hinter ihnen Herr und hat sie alle in seiner Gewalt. Ja, es ist ein ruhmvoller Koran auf einer wohlverwahrten Tafel. Denn, wenn sie alle in deinem Leben erinnern ist, sie werden da unten dann leben. Und das ist eineaponie für den Dadern, die wird nü�mernden Tafel públic. Untertitelung des ZDF, 2020